Wunderschönen hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe! Die letzten paar Male waren ja mehr oder weniger ein Austausch von Nettigkeiten und deswegen hab ich mir gedacht, heute wird mal wieder richtig Dampf abgegeben. Viele von euch haben sich gewünscht, penetriere doch den Steffi mal wieder so richtig intensiv. Dem Wunsch werde ich natürlich nachgehen und diesmal Gebrauch von seiner Schrägkraftigkeit mache. Heute war mal ein bisschen anders, denn es wäre ein bisschen auffällig immer mit diesem klubigen Gerät durch die Gegend zu laufen. Deswegen werde ich mein Handy nehmen, was ich ohnehin in meiner Hand habe, und werde Snapchat meinen Helfer in der Not sein lassen. Viel Spaß, dubai! ... 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 Was hast du da? Pisschen. Was hast du da? Was? Alter! Was ist denn Pisschen? Prinzessin! Wir sehen uns am Morgen gleich geschlafen. Tschau. Hi, Schnucki. Das ist ein Pisschen. Nee, jetzt ist es schneller. Ja, jetzt hör mal auf. Schade, Alter. Scheiße. Ui. Fehl rein hin. Warte, warte. Hi. Was ist denn mit dem passiert? Oh mein Gott. Ui. Oh, Alter. Alter, raus mit sowas. Ich glaube, es reicht dann jetzt auch. Danke schön, dass du den Schwaben zu machen hast. Es ist eine Scheiße, es ist für dich. Gibt es da eine Therapie gegen ihn oder so? Der Junge, der stirbt. Jetzt war ich auf ein Niederscheck. Ich kann das nicht hören. Ich kann das nicht hören. Das hat so viel Spaß gemacht. Ist aber kein Bock mehr. Ich mach jetzt das Video fertig. Dankeschön liebe Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonntet den Kanal, schaut definitiv auf euch stattdessen vorbei Wir sehen uns dann wieder, tschüss Unrat, das ist Unrat mein Freund